ARD Text im Auftrag von Funk 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 Funk ARD Text im Auftrag von Funk Funk ARD Text im Auftrag von 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 Funk Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Funk ARD Text im Auftrag von 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 Funk Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Funk ARD Text im Auftrag von 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 Funk Immer nur in der letzten Runde irgendwie. LOL! Das ist ja auch die Platin-Promotion. Sehr schön! Gut, Chachos, was euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich hoffe mal, dass es die nächsten Runden wieder besser läuft. Ansonsten guckt bei Bollek vorbei, der hat sich abgeräumt und Link in der Beschreibung, nächstes Mal sehen wir uns wieder. Bye-bye! Ciao, ciao!